1 Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis alle da sind Ach du Scheiße, ich habe gerade meine Spitzachs weggeworfen Brauche ich die überhaupt nicht, aber ich brauche nicht so viele Eimer So, Essen brauche ich Wo? Ne, ich mache es so Wie alle Hypen, oh mein Gott Okay, das war schon richtig Fail, das kommt auf jeden Fall nicht ins Video Ich könnte die Kommentare, die wüsste ich schon Alter Falter, richtig schlecht GG, so macht man es Da war schon wieder ein Peik live Übrigens ist heute erufen an, Leute Und es ist fucking kalt draußen Es wäre also mega sexy, wenn ihr mich daran erinnern würdet Im Moment brennt mir aber der Rücken weg Ja, weil natürlich auch Lena wieder die Tür zugemacht hat Die ist einfach die geilste Ich frage mich schon, warum ich hier so abkacke, Leute Ich sitze mal kurz an der frischen Luft, Leute Beruhig, Leute Leute, wie geil ihr einfach seid mit den Pfeilen So, jetzt ist es, äh, glaube ich kalt genug, dass ich los... Ey, guck mal, Leute, kennt ihr übrigens schon dieses mega geile Zelda-Shirt Das ist wohl richtig fett, oder? Das ist wohl richtig geil Also, Leute, passt auf, wie machen wir das denn? Normalerweise, wenn ich jetzt gleich hier das letzte Endeauge reinmache, Leute Ist es doch so, dass hier wie bei einem Nether-Portal das Portal entsteht, ne? Wie sollen wir es machen? Ähm, ich würde es gern so machen Dann stellt euch mal in einer Reihe hier auf hintereinander alle Weil ich gehe dann zuerst durch Und dann geht ihr alle durch Denn ich werde das bei YouTube hochladen, das Video Und dann werde ich jeden Einzelnen Sehen, der da durchkommt Dann ist das quasi wie so eine Ja, wie so eine Liste, die den Enderdrachen mitgekillt habt Ihr seid dann verewigt Also einmal bitte hier so Alle in der Reihe aufstellen Nexus hat es schon gut gemacht Wasserglas, komm mal hierhin Stell dich mal hierhin Hierhin stellen, da so Und alle, ah, ihr macht das schon super Reax, dann Sigi Leute, stellt euch mal alle in der Reihe hier so Alle dahinter Genau, ihr macht das super Craft King, Wasserglas bitte auch Wir warten dahinter eh Genau, wie geil ihr seid Das klappt sogar Alle mega geil in der Reihe Ey, kann man einen Screenshot machen? Ich würde mega gerne davon einen Screenshot machen, Leute Wie macht man das? Warte mal, Druck Wie macht man einen Screenshot bei? Wie macht man einen Screenshot, Leute? Wie geht das? Warte, ich warte mal Ach, Jonas, bist du noch nicht da? Warte mal Wie heißt du denn im Spiel, Jonas? F2 Okay, super, danke, Leute Warte mal Erstmal warten, ob jetzt alle da sind Ähm So, der Jonas auch Jetzt sind wirklich alle da Ja, ich fang noch nicht an Warte, ich möchte einmal hier ein Foto machen F2 Ähm Gespeichert unter Ja, wir werden auch Wir werden auch nachher, Leute Wenn wir Ähm Im End sind Stimmen uns auch einmal in der Reihe auf Da will ich auch ein Foto von euch machen Aber jetzt erst mal so geil, wie hier in der Reihe steht Warte mal F2 Ja Gut So Leute Jetzt gleich wird es feierlich Seid schon aufgeregt? Also ich bin mega aufgeregt Weil ich habe noch nie das letzte Ender Auge hier reingesetzt Äh Mal gucken Boah, wie lange ist die Reihe denn dahinter noch ein? Richtig krank Wie viel sind wir jetzt? 2 4 6 8 10 12 14 15 Alles klar Ist der Krypto dabei? Also der Skylight? Will der mit dabei sein? Da ist er Da steht er Der Krypto Ey du Emo Los Ab in der Reihe da hinten Leute schiebt Schiebt Er will nicht in die Reihe gehen Ich muss ihn in die Reihe zwingen Ich muss ihn zwingen Ich schiebe ihn in die Reihe Moment Leute Ah er schiebt Er hat es mitbekommen Gut Ähm Dann wollen wir mal Leute Und 3 2 1 Zack Das sieht ja noch geil aus Als ich dachte Okay Also Leute Alle nacheinander Ja ich habe auch noch Pfeile Jonas Keine Angst So Ich gehe durch Zack Nice Da sind wir im End Leute Wir sind da Kommt alle durch Oh Da sollte man vielleicht nicht runterspringen Müssen wir uns erstmal hinbauen Ah ok nice Craft King kennt sich schon aus Da hinten sind schon die Ender Man Warte mal wir springen mal dahin Leute So Und erstmal die Ender Drachen Äh die Enderman Und dann stellen wir uns alle in der Reihe Für die die schon mal hier sind Ah da ist der Ender Drache auch Da sieht man den schon Leute Wichtig ist für die die noch nicht da sind Wartet mal Wartet mal Kommt mal zurück Stellt euch mal erstmal hier in der Reihe Dann machen wir noch ein Foto Weil gleich beim Ender Drachen wird das nichts Wisst ihr wenn wir da hinkommen Also einmal nochmal hier in der Reihe stellen Ich habe leider keine Spitzhacke mehr Sieht man den Ender Drachen überhaupt Leute Kann man den sehen Das weiß ich gar nicht Wenn ich ehrlich bin Gewartet hat er auch nicht Was habe ich auch nicht Das wäre vielleicht auch schlau gewesen Habt ihr recht Leute Wisst ihr was wir mal machen Leute Heute können wir mal den Teamspeak einschmeißen Also wer will Also heute mache ich den auch mal im Dings an Also der Bock hat Leute Einmal hier hinkommen Ähm Channel Switch Und in den Minecraft Channel Wenn ihr Bock habt Dann meinen Video 从 aumento und z Hallo. Hey, c'est gut. Ist nicht schlimm, Nexus, das ist okay. Only müssen wir auch holen. So, Only Zolltricks zu Pike. So. Wartet mal, Leute. Jetzt mache ich die Musik nämlich doch aus, dass wir ein bisschen riskant, sagen wir mal so, sag mal einer was, bitte. Ja, hallo. Gut, das höre ich. So, jetzt warten wir einmal, bis alle hier sind. User joined your channel. So, dann hat er auch nie auch Pfeile. Den Malone muss ich noch. Das Foto will ich nämlich gerne auch auf Discord hochladen, Leute. Also, wir machen es mal, ob wir hier sind. So, natürlich, wir kommen vier und fangen mal bei uns. So, jetzt mach es nicht mehr. So, jetzt kommen wir mal. So, jetzt machen wir mal. Was war das denn, Leute? War das schon der Enderdrachen oder was? Hört der sich so an? 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 Okay. Oh, krank. Seppi wurde erst mal erschlagen. Ähm, DP, Seppi. So, Leute. User disconnected from your channel. So, let's go. Wartet mal. Ich kann ja auch so... 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 Ich kann ja auch so...